Ich freue mich riesig, dass der Platz der Wiedervereinigung hier im Süden der Stadt Krefeld frisch saniert ist. Direkt wenn man aus dem Krefelder Hauptbahnhof zur Südseite rausgeht, trifft man auf diesen Platz, der jetzt den Menschen des Südbezirks zurückgegeben ist. Ein Ort, wo Leute sich treffen können. Ich weiß, hier sind auch Leute, die ganz gerne Buhl spielen und insbesondere die Leute, die hier im Umfeld in den Seniorenheimen wohnen, haben die Möglichkeit, sich hier aufzuhalten, aber auch alle Krefelderinnen und Krefelder. Das ist toll und ich finde, das tut unserem Südbezirk auch sehr gut, dass er jetzt diesen Ort der Begegnung hier hat. Ein Südbezirk, der sich jetzt und in den kommenden Jahren städtebaulich stark verändern und wie ich finde, stark verbessern wird. Das fängt hier an am Platz der Wiedervereinigung. Am Willy-Brandt-Platz werden moderne Bürogebäude entstehen, die dort eine Brache schließen werden. Am Hauptbahnhof entsteht die neue Mobilitätszentrale für die Bürgerinnen und Bürger, die zwischen den Verkehrsmitteln wechseln wollen und der Hauptbahnhof selber wird von der Deutschen Bahn renoviert. Ich finde, alles in allem sehr, sehr gute Nachrichten für die Krefelderinnen und Krefelder und für den Krefelder Süden. Und ich sage ganz ehrlich, bei der einen oder anderen Mittagspause kann ich mir auch gut vorstellen, mich an diesen wunderbaren Springbrunnen zu setzen, auf das Wasser zu gucken und die Gedanken ein wenig fließen zu lassen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir stehen hier auf dem Platz der Wiedervereinigung mitten in der Krefelder Innenstadt und heute hat der Herr Oberbürgermeister Meier diesen Platz nach grundlegender Sanierung wieder eröffnet. Insgesamt haben wir hier 48 japanische Schnurbäume gepflanzt. Dieser japanische Schnurbaum gilt als einer dieser Zukunftsbäume, der mit dem Stadtklima in Zukunft sehr gut zu Rande kommen soll, wenn lange Trockenphasen sind, wenn wenig Wasserdagebot ist oder aber auch, wenn viel Lärm und Staub in der Luft ist. Der Platz ist ein Teil des europäischen Projekts im Rahmen der Euregio 3mania. Wir haben hier unterirdische Sensorik eingebaut, die die Bodenfeuchte und den pH-Wert überwacht, so dass wir die Pflege dieser Bäume besser im Blick halten können und auf die Bedürfnisse der Bäume besser eingehen können.